Hallo und willkommen zum ersten Game Based Game Check. In diesem Game Check möchten wir uns das Spiel Universe Sandbox angucken. Das ist ein Simulationsspiel, das, ja, salopp gesagt, eine Simulation des Universums oder unseres Sonnensystems oder unseres Planeten ist. Und das ist sehr schön gemacht. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte mir jetzt unser Sonnensystem angucken. Und dann sieht man simuliert die Sonne in der Mitte und alle Planeten, unsere Erde mit eingeschlossen, wie sie da rumkreisen und kann in Detail sich angucken, welche Temperatur zum Beispiel ein Planet hat, wie schnell er sich dreht und auch wie viele Monde er hat. Und dann kann man innerhalb dieses empfindlichen Systems verschiedene Variablen verändern. Man kann zum Beispiel sagen, was passiert, wenn ich jetzt eine zweite Sonne da hinzufüge, was natürlich die Umlaufbahnen von allen Planeten komplett durcheinander bringt und dafür sorgt, dass die Erde auch unbewohnbar wird. Und im Endeffekt endet alles dabei, dass die Erde unbewohnbar wird, weil das eben ein sehr empfindliches System ist. Und das ist aber das Gute dran, denn die Spieler können die Wirkung verschiedener physikalischer Größen, wie zum Beispiel Gravitation, auf verschiedene Objekte im Weltraum beobachten. Und man kann dann sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, was passiert, wenn ich jetzt diesem Planeten sehr, sehr viel mehr Wasser gebe oder ich mache ihn wärmer. Und was verändert sich, wenn ich die Gravitation erhöhe? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel als Schüler damals sehr cool gefunden hätte, beziehungsweise auch als Hobbyplanetenbeobachter, dass ich einfach mal gucken kann, was verändert sich denn, wenn, wie in meiner Fantasie, die Erde auf einmal drei Monde hat. Und dass das im kompletten Chaos endet und der Planet dadurch unbewohnbar ist, das kann man sich zwar vielleicht vorstellen theoretisch, aber in dem Spiel kann man es sich wirklich angucken. Und am Anfang ist es auch so, dass man eigentlich nur sehr viel Chaos macht, weil man nicht weiß, was man macht und der Mensch auch dazu tendiert, das erstmal zu machen. Das Spiel beginnt auch tatsächlich damit, dass man erstmal einfach ein Meteor auf die Erde schießt und guckt, was dabei passiert. Aber später geht man dann eher in die Materie rein und guckt, okay, wie kann ich jetzt Sachen verändern, ohne dass alles ins Chaos geht? Wie kann ich mein eigenes Sonnensystem kreieren, wo es einen Planeten gibt, der theoretisch bewohnbar wäre? Das alles ist begleitet von einer wunderschönen Melodie, wie ich finde, die mich auch so ein bisschen an meine Einschlaf-Playlist aus Spotify erinnert. Das klingt dann ungefähr so. Und unabhängig davon, dass man sehr viel Chaos machen kann in dem Spiel und der schönen Melodie, die einen begleitet, kann man da wirklich was lernen. Und ich finde, dass ich überdurchschnittlich viel weiß über Sonnensysteme, Planeten, Galaxien etc. Aber man wird auch immer wieder mit Fakten konfrontiert. Zum Beispiel die Frage, wieso ist der Jupiter ein Planet und die Sonne aber ein Stern, obwohl beide aus ähnlichen Materialien bestehen? Und wieso ist die Sonne dann nicht auch ein Gasplanet oder der Jupiter kein Stern? Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht und habe mich dann tatsächlich, obwohl Physik an sich nicht mein Lieblingsfach ist, dann reingelesen, um zu gucken, okay, wieso ist das so entstanden? Was es einem dann nochmal verdeutlicht, wie beeindruckend es ist, dass dieser Planet, auf dem wir leben, so funktioniert, wie er funktioniert. Das Spiel kann man momentan für 28,99 Euro auf Steam kaufen. Wo genau ihr das findet, werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Und weitere Beschreibungen zu dem Spiel findet ihr auf der Gamesim-Unterrichtsseite. Falls ihr also Lust habt, euch im Bereich Astronomie etwas weiterzubilden und wirklich in einer wunderschönen gemachten Simulation verschiedene Komponenten des Sonnensystems und des Universums kennenzulernen, dann ist dieses Spiel auf jeden Fall was für euch. fünf Treibungen Vielen Dank.